Knocks, du hast die ganz gestohlen, nein gib sie wieder her, oder zauber wenigstens dein Schmerzensgeld für die Anden, die für dich gelebt hat, du, schau dich, du hast ja für mich gelebt, wie heißt es in dem Film, wer früher stirbt, ist länger tot, oder irgend so was, also, und diese Ente muss jetzt, die hat für mich gelebt, braves Entchen, jetzt muss ich dich füllen, braten und aufessen, ich bin dir dankbar, dass du gelebt hast, also, ein Ständchen, So, jetzt muss man schnell, ich schau jetzt, ja, ich hab da zum Beispiel einen, den James Brown, kennst du den James Brown lieber zu schauen? Ja, ein Soul, Bruder, der ist gestorben schon, ja, ja, und der so fucking Musik macht, ja, fucking motherfucker, warte mal jetzt, ja, halt, motherfucker Musik, ja. So, er ist gut, aber eigentlich muss ich ja nicht Gitarre spielen, sondern die ganz, Du hast die ganz gestohlen. Braut sie endlich her. So. Das muss ich da um Platz machen. Diese Passau-Presse. Schauen wir mal. Was steht da heute? Schau ich später so. Und jetzt das da. Bisschen Platz machen. Ich bin. So. Äh, schau. Jetzt muss ich mir schnell. Jetzt muss ich mir eigene Sachen schnell. So. Dann Pause. Zack. Pause und da. So, wo ist jetzt das? Baby King wäre da angeboten. Nein, ich mag aber mich selber. Mal schauen, wo bin ich denn? Wo ist denn der Knux? Der Knux, der Ochs, der... Ah ja, schon wieder. So, schau mal. Ja, ja. Schau mal, wo ist denn der Knux? So, da muss ich mich schnell schauen. Also, ein Film, den ich hier wegen dem Copyright rechte. Damit lasse ich jetzt von mir im Hintergrund spielen. Ein Film. Also, ja, Underground. Na, jetzt geh schon, mach schon. Komm. Hopp. Ja, also jetzt da. Knux Gestalber. Bitte, wenn du das auch ein Abo machst. Bei mir dann siehst du alles. Ah ja. Der Geramen geliebte. Ja, bei mir. Gänseblümchen. Ah ja. Machen wir das. Ich male. Ich male unter anderem gerne Gänseblümchen. Und schau sie mir an. Fotografiere sie und dann male ich sie. Und jetzt lasse ich es schon anfühlen. Ja, die Gänseblümchen. Die Gänseblümchen ist meine, ähnliche Flucht. Und scheinbar die Gänseblümchen. Die Gänseblümchen. Okay. Jetzt mal schauen. Das ist halt sehr gut. Das konnte ich nicht machen, aber beide Kläden haben sie bereits gesammelt. Okay, das ist schon ... Das ist der größte Artikel, finde ich jetzt nicht so. Jetzt suchen wir mal rüber. Ich lasse mich da nebenher ein Känseblümchen machen und ja. Der Pinsel, der gehört da anders hin. Ich schalte mal den Ofen an. Jetzt muss ich die Endung noch mal waschen. Waschen, waschen. Das ist hier. Ich schieße, ich bin nachdem. Ich schieße mich. Ich schieße mich. Ich schieße mich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Die Hüfte tut so weh. Das Kreuz. Das Kreuz und die Kreuzer so da. So. So. Ich mache so. Na ja, da lege ich die Gans jetzt mal drauf. Ganz, natürlich ganz lege ich sie drauf. Also ganz, liebe Gans da, ja du. So. So. Und jetzt schauen mal. Jetzt muss ich dir bei meinen eigenen Geweide. Waschen muss ich rausholen. So. Ja. Was ist denn da drin? So. Äh. Ah. Ah, 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 ah. Oh, das ist ja fast erotisch. So. So. Und wenn du auch ein Genüssler bist, also so ein Fleischesser, dann kannst du mir bitte was reinschreiben mit diesem Film. So oder so. Und wenn du kein Fleischesser bist, sondern Vegetarier, dann schreib mir deine Beschwerden drin. Alles ist ja da. Beschimpfungen aller Art werden grinsend entgegengenommen. Schau mal. So. Ja, ja. 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 Quack, quack, quack. So. Ja. So. Schau mal. Das ist ja Licht, zeigt mir nicht noch, weil ich noch brauche. Zeig nicht. Voll. Aha. Zwecks dem, zwecks dem Lichteffekt so. Der gute Rembrandt, der Meister Rembrandt. Oh ja. Schau dir das an. Oh. Oh. Vielleicht an was. Das erinnert mich an irgendwas. Ich wollte das schon mal gesehen. So. Ah ja. Ja, eigentlich die ist ja immer noch. Diese Garns ist ja immer noch. Die gibt es noch hier. Ah ja. Die Garns. Die Garns. Die Garns. Die Garns, Garns. Die Garns. Die Garns. Ah. Schau ja. Da sind die. Ja. Das muss alles vollwertet werden, weil das ist alles heilig. Das ist heilig. Für mich, den Fleischesser und für den Vegetarier, der ich auch oft bin. Schau. Ja. Äh. So. Ha. Äh. Ja. Ähm. So. Und jetzt muss ich mal schauen. Jetzt brauche ich meine Wasser. Meine blaue Kamera. Meine Kamera, die ich wo ich. Einzelne. Ja. Meine Unterwasserkamera. Schau. Das ist eine Unterwasserkamera. Habe ich mir recht beim. Äh. Endzinger gekauft. Das machen wir ein Foto. Knack. Die klebe ich dann aneinander. So. So. Damit sie sich bewegt. Im Film. Wie selbst wie von Geister an selbst örtisch. Mache ich das so. Mache ich mein eigenes Fernsehbuch. In ein Ein-Mann-Unternehmen. Mit was weiß ich wieviel Jobs. So. Hm. Ah ja. Was ist jetzt da? Ich habe jetzt kein Interesse. Das könnte ich mir jetzt nicht verkaufen. Das war schon eh was. Aber so. Stopp. Äh. Komm. Äh. Jetzt Operat beenden. Also Operat. Das haben wir ein schönes Plan. Und das. Äh. Keine Ahnung. Jetzt machen wir Stopp. Und schickt das an sie. Facebook. Und macht das. Weiter. Bis morgen. Der braucht jetzt drei, vier Stunden. Wieder gebraten. Der. Der. Der Braten. So. Und dann. Mit der. Mal auf den nächsten Tage. Verspeist. Ist das Lebensst Wentz auf? Das war's für heute.